Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio Herzlich willkommen im Falter-Radio. Sie hören Barbara Todt. Einen EU-Kommissar für Re-Migration, den fordert der freiheitliche Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Wilimsky, am vergangenen Wochenende. Also einen eigenen EU-Kommissar für den Abtransport von Menschen mit Migrationsbiografie, die nach den Vorstellungen der FPÖ in Europa keinen Platz haben sollten. Und was sagte der FPÖ-Chef Herbert Kickl auf Telegram dazu? Ein exzellenter Vorschlag von unserem Harald Wilimsky. Wenn man also denkt, viel radikaler kann es nicht mehr werden, geht immer noch etwas. Warum übernimmt die FPÖ gezielt rechtsextreme Begriffe? Was macht das mit unserer politischen Kultur? Bei mir sitzt Nina Horacek, FPÖ-Expertin im Falter, die in ihrer Kolumne Blauland jede Woche die jüngsten Entwicklungen und Phänomene in der FPÖ beschreibt. Willkommen Nina. Hallo. Du beschreibst in deiner Kolumne auch dieses Remigrationskonzept bzw. den Vorschlag, dass man dafür den eigenen EU-Kommissar einführen soll. Remigration, was ist denn das Problematische an diesem Begriff? Ausländer raus kann man halt so nicht mehr sagen. Das kommt nicht gut an, wenn man stärkste Partei in Österreich werden mag. Deswegen verwendet man Begriffe wie Remigration. Der Begriff kommt eigentlich von ganz woanders. Und zwar ist es, sagen wirtschaftlich, wurde das verwendet für die Rückkehr vertriebener Jüdinnen und Juden, die von den Nationalsozialisten vertrieben wurden, fliehen mussten und das Glück hatten zu überleben. Wenn die zurückgekommen sind, hat die Wissenschaft von Remigration gesprochen. Seit einiger Zeit haben das Rechtsextreme gekapert und meinen damit all jene, die zum Teil sogar Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sein können in Deutschland, in Österreich, aber diesen völkischen Vorstellungen nicht entsprechen, dass die zurückgeschickt werden sollen. Also sogar Leute, die vielleicht sogar hier geboren sind, aus dem Blickwinkel dieser Rechtsextremen, die nicht hierher passen, die sollen zurückgeschickt werden bzw. denen sollen Angebote gemacht werden, indem man zum Beispiel Sozialleistungen streicht, dass die eher in ein Land zurückgehen, wo sie aus ihrer völkischen Perspektive besser hinpassen. Das heißt aber auch, dass man ein Bild hat von reinen Völkern, die sich nicht vermischen dürfen. Das schminkt dahinter. Also eigentlich ein rassistisches Konzept. Ja, natürlich, völlig. In Deutschland ist dieser Begriff zu Jahresanfang sehr in den Medien gewesen. Hintergrund war, das haben sicher viele mitbekommen, ein Geheimtreffen in der Nähe von Potsdam in einem Landhotel, wo auch ein Österreicher aufgetreten ist, Martin Sellner, ein Identitärer, ein Rechtsextremer, der dort auch dieses Konzept der Remigration vorgestellt hat. Das hat in Deutschland für extreme Schlagzeilen, für große Empörung, für Massenproteste gesorgt. In Österreich gab es das dann auch. Aber das ändert offenbar nichts, dass die FPÖ jetzt von Remigration und sogar von einem EU-Kommissar, einem eigenen dafür, reden kann? Nein, weil es ist die klassische Strategie der Freiheitlichen Partei, dass man Dinge so lange wiederholt, die am Anfang sehr viel Verwunderung und auch Ärger auslösen. Also auch in Österreich war diese Frage der sogenannten Remigrationsträume eines Rechtsextremen wie Martin Sellner ja ein großes Thema. Bleib auf deiner Message ist sozusagen die Parole der FPÖ. Bis wir uns daran gewöhnen, dass das einfach ein normales Wort ist. Es klingt ja recht wissenschaftlich und es klingt irgendwie recht harmlos, oder? Ja, aber das ist genauso, wenn wir uns zurückerinnern, der damalige Innenminister Herbert Kickl, der dann plötzlich begonnen hat, laut über die Sinnhaftigkeit der Europäischen Menschenrechtsdeklaration nachzudenken, ob wir das brauchen, die Europäische Menschenrechtskonvention und gesagt hat, ah, das ist ein altes, ein bisschen veraltetes Gesetz aus dem vorigen Jahrhundert. Dann kurz darauf hat er gesagt, er wird das ja nie in Frage stellen. Also es ist immer so ein Schritt nach vorne, die Grenzen des Sagbaren verschieben und wenn der Aufschrei zu laut ist, sagt man dann, die Medien sind so gemein, die haben mich wieder ganz falsch verstanden, das ist wirklich so fies, wie die mit mir umgehen, ich werde ganz falsch zitiert, dann geht man einen Schritt zurück. Aber in den Köpfen der Menschen hat man schon mal diesen Keim gesetzt, diese Idee, auch eine Menschenrechtskonvention in Frage zu stellen. Das ist ja was, was wir vorher eigentlich nicht gedacht haben. Das war eigentlich ein Tabu, oder? Genau. Für viele Jahre hinweg. Und darum geht es. Und bei der Remigration ist es dasselbe. Vor ein paar Monaten wussten wahrscheinlich viele Menschen in Österreich gar nicht, dass es diesen Begriff gibt. Das war halt einfach ein Kampfbegriff in rechtsextremen Zirkeln. Je mehr man es wiederholt, desto mehr sickert das ein in die Köpfe. Wie würdest du denn das Wort übersetzen? Weil das ist etwas, was wir als Journalistinnen sehr oft machen müssen, oder? Von dieser Seite wird das Wort Remigration verwendet. Wir müssen erklären, was es tatsächlich heißt. Welchen Begriff würdest du verwenden? Nee, es ist eigentlich mit Ausländer raus oder Ausländerinnen und Ausländer raus ist es eigentlich gesagt. Das ist es, um was es geht. Genauso, wenn man sich anschaut, wie soll denn das passieren? Also eine Forderung der FPÖ ist ja klar, Sozialleistungen an die Staatsbürgschaft knüpfen. Das ist übrigens auch nichts Neues. Das hat Herbert Kickl schon vor Jahren gefordert. Also eine eigene Sozialversicherung für Inländerinnen und Inländer und eine für Ausländerinnen und Ausländer. Das kann man eigentlich als Sozialstaatsapartheid bezeichnen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das wieder ganz klar auch zu benennen, als das, was es ist. Insofern Remigration könnte man auch sagen, das ist einfach ein Abtransport von Menschen oder es ist eine Deportation. Da gab es ein bisschen die Diskussion, wie weit man da geht. Nicht. Ich meine, man muss schon sagen, natürlich ist die FPÖ da auch geschickt und sagt immer, es geht um straffällige Ausländerinnen und Ausländer. Martin Sellner geht viel weiter, der hat das auch vor kurzem recht klar gesagt, dass es eigentlich um die geht, auch um Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die aus seiner Sicht nicht assimiliert sind, also die noch ein bisschen anders sind. Er hat einfach gesagt, er möchte Remigration für Menschen, die vielleicht sogar hier geboren sind, aber nach wie vor eine aus seiner Sicht fremde Identität haben und der Gesellschaft zur Last fallen. Das ist wahnsinnig thema und beliebig, oder? Da könnten sehr viele Menschen drunter fallen. Naja, aber ich finde, wenn wir jetzt anfangen, Menschen danach zu beurteilen, wie sehr sie der Gesellschaft zur Last fallen, ich meine, was ist denn dann der nächste Schritt? Also wer passt denn dann noch nicht ins Konzept oder ins Gesellschaftsbild? Wen müssen wir dann noch entfernen aus unserer Gesellschaft? Rechnest du damit, dass zum Beispiel jetzt diese Formulierung von Herrn Sellner oder dieses Konstrukt auch in die FPÖ Eingang finden wird? Also dass die FPÖ auch diesen nächsten Schritt vollziehen wird und sagen wird, okay, Remigration, das fordern wir jetzt eh schon offiziell, aber es könnte quasi auch so weit sein, dass jeder gehen muss, der uns halt nicht ins Gesicht passt? Nein, ich kann mich erinnern, dass Herbert Kickl schon vor vielen Jahren gesagt hat, Ausländer, die ihre Arbeit verloren haben, sogenannte Gastarbeitslose, wie er es nannte, haben das Recht, in ihr Heimatland zurückzukehren. Ein weiterer Begriff, der von der FPÖ verwendet wird und an den wir uns vielleicht auch schon gewöhnt haben, ist Bevölkerungsaustausch. Was gibt es denn zur Genese dieses Wortes zu sagen? Ja, das ist, was immer wieder kommt in den vergangenen Jahren, ist jetzt auch nicht ganz neu. Es gibt halt immer wieder Phasen, da hat die FPÖ mehr Kulturtünche draufgeknallt und dann bröckelt es halt wieder ab. Wenn man sich ganz weit zurückdenkt, war 1992 einmal ein Riesenskandal. Da hat Andreas Mölzer, der war damals FPÖ-Bundesrat, vor einer drohenden Umvolkung gewarnt. Umvolkung, den Begriff kennt man auch aus der NS-Zeit. Das hat damals für wahnsinniges Aufsehen und viel Protest gesorgt. Das war damals auch ein Tabubruch. Ich weiß nicht, wie weit uns das heute noch bewegen würde. Da haben sich schon viele Grenzen verschoben. Also Mölzer musste dann, also er ist nicht gleich zurückgetreten, aber er musste sich dann zumindest eine Zeit lang zurückziehen nach Kärnten und war dann Teil des Kulturbeauftragter. Dann ist dieser Begriff des Bevölkerungsaustausches, des sogenannten, Menschen, wo man ja wieder das Bild hat von reinen Völkern, die quasi verschoben werden und einen großen Plan dahinter, dass da eine große geheime Macht sozusagen bewusst die Bevölkerung austauscht, um die europäischen Völker auszurotten. Das ist ja auch so ein Bild, das die Rechtsextremen haben von der Welt. Das ist dann wieder so nach und nach aufgetaucht in der FPÖ. Sie haben es eine Zeit lang ein bisschen versucht zu intellektualisieren, in dem sie von der Ethnomorphose gesprochen haben. Also so einen Begriff hat der damalige FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache, wenn ich mich richtig erinnere, schon 2004 verwendet in Aussendungen, also noch bevor er Parteichef wurde. Das ist wieder ein Begriff, der sehr wissenschaftlich klingt und sehr akademisch. Das scheint so ein bisschen ein Muster zu sein, oder? Weil Remigration ist ja auch ein Fremdwort drinnen. Und ich meine, Ethnomorphose, da muss man schon Fremdwörter kennen, um überhaupt zu verstehen, was damit gemeint ist. Der österreichische Rechtsextremismus-Experte Andreas Beham hat mal scherzhaft gesprochen von den Rechtsextremen, die in einem Stoßwasser zu Hause im Regal stehen haben. Und das ist es ein bisschen. Also es ist dieses Aufmotzen und das klingt ja gleich viel besser. In Wirklichkeit ist es einfach ein rechtsextremer Kampfbegriff und ist es bis heute. Aber Bevölkerungsaustausch ist jetzt nichts mehr, was, also wenn man sowas sagt, hat man nicht unbedingt ein Karriereproblem in der FPÖ, würde ich einmal sagen. Ja und zuletzt hat Kiki auch ein neues Wort verwendet. Wir sind heute quasi sehr auf der Begriffsebene, aber ich glaube, das macht durchaus Sinn, das so genau zu sezieren. Er hat nämlich von der Völkerwanderungssicherung gesprochen. Du hast das auch in deiner jüngsten Kolumne dir angeschaut, was das genau, was das genau heißen soll und wie das auftaucht und warum Kiki das macht. Ja, Kiki hat die Mindestsicherung, die ja sozusagen das gedacht ist als letztes soziales Netz, das Menschen in Not in diesem Land auffängt, also als wichtige Säule des Sozialstaates, umgenannt und benannt in eine sogenannte Völkerwanderungssicherung. Darin steckt sein Vorwurf, dass die Mehrheit der Bezieherinnen und Bezieher von Mindestsicherung ein ohnehin Migrantinnen und Migranten und die seien Teil einer Völkerwanderung, einer modernen, an die gerade stattfindet und würden sagen, angelockt durch die Mindestsicherung. Damit stellt er zum einen im Raum, dass wir mitten in einer Völkerwanderung sein, was natürlich auch ein Begriff ist, der Angst macht. Oh, da kommen ganz viele fremde Völker und alles wandert und es ist unsicher, das schwingt damit. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Desavouierung der Mindestsicherung. Und das ist halt auch was, was jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, weil die FPÖ gibt sich ja immer gerne als soziale Partei, als die Partei, die den Menschen, die fleißig arbeiten, aber dann am Ende des Monats nichts mehr in der Tasche haben, dass sie für die eintritt. Die FPÖ wird auch von sehr vielen Arbeitern gewählt. De facto war es aber eigentlich so, und das ist auch gut nachweisbar, dass immer wenn die FPÖ regiert hat, wurde durchaus auch der Sozialstaat zum Teil demontiert und wurde umverteilt, aber nicht nach unten, sondern nach oben. Also wenn ich mir ansehe, eben die Sozialhilfe neu, die die FPÖ umgesetzt hat, damals mit der FPÖ unter der Regierung Kurz-Strache. Das sind durchaus auch massive Verschärfungen. Und wenn man sich zum Beispiel als Oberösterreich anschaut, da wird die Sozialhilfe viel strenger ausgelegt und es ist viel schwieriger, zur Hilfe zu kommen als in anderen Bundesländern. Die FPÖ nennt sich ja auch ganz gern die soziale Heimatpartei. Da schwingt das ja auch mit, oder? Also dass man sagt, man ist zwar schon, man versteht sich quasi als eine Partei, die auf das Soziale schaut, aber das Soziale für die eigenen Leute und nicht für die, die fremd sind. Sieht man das auch quasi dort, wo die FPÖ reagiert, in jenen Bundesländern, dass der Zugang für Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsbiografie zu Sozialleistungen versucht wird zu erschweren? Wenn jemand Staatsbürger ist, ist das nicht ganz so leicht. Aber zum Beispiel ist ein Punkt natürlich, was die FPÖ auch in Oberösterreich eingeführt hat, ist, dass man Deutschkenntnisse nachweisen muss, um Zugang zum sozialen Wohnbau zu haben. Das sind zum Beispiel so Sachen. Gleichzeitig, also die FPÖ fordert immer sehr, dass Integration passieren muss, dass die Menschen sich integrieren müssen. Kickl betont auch immer wieder in seinen Reden, dass es ja auch die anderen Ausländer gibt, die sich von sich aus integriert haben, die fleißig sind. Also die dürfen auch Teil der FPÖ-Familie werden. Es wäre sonst noch ziemlich blöd, weil wenn man sich Wien anschaut, also wir haben, in Wien hat fast jede zweite Person, die hier lebt Migrationshintergrund. Also jetzt einfach mathematisch gesehen, wenn eine Partei wie die FPÖ hier wieder mal was reißen will, im Moment ist sie ja sehr schwach in Wien nach der letzten Wahl, dann kann man nicht alle Ausländer vor den Kopf stoßen. Also man muss da spalten. Ansonsten ist es schon so, dass die FPÖ immer fordert, wir wollen die integrierten Ausländerinnen und Ausländer, gleichzeitig aber immer, wenn sie die Möglichkeit hat, Integrationsmaßnahmen kürzt. Weil wir jetzt über diese Worte gesprochen haben, die bewusst von der FPÖ sozusagen in den politischen Diskurs eingebracht werden. Wissen wir, erfindet das Kickl selber? Wie ist er vielleicht sogar auch stolz drauf? Er war ja früher auch Redenschreiber für Jörg Haider und für Strache, Gilda als Stratege. Also ist das eine bewusste Strategie und wer ist dafür verantwortlich? Kann man dazu etwas sagen? Also ich würde ihm das schon zutrauen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, also es ist jetzt kein Goethe, den Begriff Völkerwanderungssicherung zu erfinden. Ich bin noch nicht dabei, wenn er seine Reden schreibt, aber ich meine, schreiben kann er, reden kann er. Vor allem im Parlament ist Kickl ein sehr guter Redner. Das Bierzeit liegt ihm jetzt nicht so wahnsinnig. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt unbewusst passiert oder dass das ein Hopperler ist. Also ich denke, wir wissen, Kickl ist sicher doch einer, der Politik kann. Er ist ja schon lang genug in der Politik und er sagt sie auch durchaus selbst, dass das alles nicht zufällig passiert. Also vielleicht kann sich er noch erinnern, wie eine rechtsextreme Splittergruppe namens Identitäre, der, die eben gegründet wurde von diesem bekannten Martin Sellner, die hat ja Kickl mal als eine rechte NGO bezeichnet. Und das war damals auch ein großes, Skandal ist vielleicht übertrieben, aber es war doch eine gewisse Aufregung, wo dann die politischen anderen Parteien gesagt haben, was ist mit dem los und was ist ein Wahnsinn. Und auch die NGOs sich aufgeregt haben, weil sie, also was nicht, SOS Kinderdorf oder wen er immer da noch verglichen hat, die wollen natürlich nicht in einen Topf geworfen werden. Der Greenpeace war auch so ein Fall. Greenpeace, genau. Und wollen zu Recht nicht verglichen werden mit so einer Partie. Und Kickl hat aber dann selber mal darauf Bezug genommen und zwar in einem Magazin, das heißt Freilicht. Das ist auch, sagen, gehört zum Kosmos der Freiheitlichen Partei. Und der damals, also der hat vor einiger Zeit mal gesagt, vor einem Jahr war das ungefähr, ich glaube im April. Wenn Sie so wollen, dann war es eine gelungene Provokation, als ich im Jahr 2021 die Identitäre Bewegung als eine NGO von rechts bezeichnet habe. Denn erstens ist das inhaltlich absolut korrekt und zweitens ein dreistes einen an sich neutralen Begriff, nämlich den einer NGO, sprich einer Nichtregierungsorganisation, aus den Fängern einer linken Klick, die glaubt, dass sie das Recht hat, diesen Begriff ausschließlich für solche Vereine zu verwenden, die ihr selbst gut zu Gesicht stehen. Das heißt, Kickl weiß, was er tut. Ja, und er sich durchaus bewusst über die Macht von Begriffen und dass es wichtig ist, Begriffe zu kapern und zu reframen, wie man heute sagen würde. Und das ist einfach auch ein Teil des politischen Kampfes der FPÖ im Versuch, eine gewisse Hegemonie zu erreichen im Land. Jetzt gab es immer wieder die Kritik zu sagen, ja, aber das ist doch ein bisschen Wortglauberei, also das, was wir jetzt zum Beispiel machen, dass wir uns über solche Begriffe unterhalten. Und im Gegenzug, es gibt ja diese Demos gegen Rechts, die gab es in Deutschland, die gab es bei uns auch, die wurden auch geframed als Demos gegen Rechts. Und das ist ja auch nicht gut formuliert, da müsste es doch eigentlich heißen, das sind Demos gegen Rechtsextremen. Also das sind wir auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal zu ungenau mit Zuschreibungen. Ich hätte das auch besser gefunden, wenn man sich klar gegen Rechtsextremismus positioniert hätte, aber auch bei diesen Demos, weil der Punkt ist nicht, dass jemand rechts ist. Man kann auch rechts sein im Sinne von konservativ. Der Punkt, an dem die Gesellschaft sich entscheiden muss, ist, wie sozusagen die Gretchenfrage lautet, wie stehst du zu Demokratie, zu Rechtsstaat, zu Menschenrechten und auch zu Minderheitenrechten. Und man kann durchaus eine konservative Gesinnung haben und in diesen Bereichen eine Feuermauer sein. Und ich finde, da müssen sich die demokratischen Kräfte versammeln. Das glaube ich, wäre geschickter, sich klar zu positionieren. Es geht eben für Demokratie, für Menschenrechte, für eine liberale Gesellschaft und gegen Autoritarismus, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, aber auch gegen antimuslimische Tendenzen und auch für die Rechte von gesellschaftlichen Minderheiten. Und das ist das, wo die FPÖ in vielen Bereichen einfach rausfällt. Also das heißt, man muss eigentlich schon sehr, sehr, sehr präzise und sehr genau argumentieren? Naja, ich finde es gar nicht so präzise. Ich meine, die Frage ist, bist du für Demokratie? Ich meine, da würde die FPÖ auch Ja sagen. Gleichzeitig hat es ja auch massive autoritäre Tendenzen. Ich meine, ein Typ, der Parteichef ist in einer Partei, die bei der letzten Wahl unter 20 Prozent war, wenn ich das richtig im Kopf habe, und sich selbst als Volkskanzler bezeichnet, der quasi eigentlich eh schon längst im Bundeskanzleramt sitzen sollte, wenn nicht böse Mächte ihn verhindern würde. Ich meine, was ist denn das für eine demokratische Einstellung? Das ist nicht einmal ein Viertelkanzler vom Wahlergebnis. Und die FPÖ ist die einzige Partei im Land, die immer wieder die allgemeingültigen Menschenrechte infrage stellt. Die FPÖ hat klare rassistische Politikvorstellungen. Ich habe schon angesprochen, die soziale Apartheid. Die FPÖ hat, auch wenn sie es jetzt immer wieder demidiert, doch eine gewisse Nähe zu autoritären Regimen, wie auch das Putin-Regime in Russland. Und das ist das Problem. Deswegen wäre es vielleicht, ich meine, ich bin ja Gott sei dann Journalistin und nicht für Demos zuständig und bin auch froh darüber und will das auch nicht. Aber prinzipiell denke ich mir, ist es vielleicht gescheiter zu sagen, wo Firma ist. Und alle gegen Kickl ist halt auch ein bisschen wenig Programm. Vielleicht zum Abschluss. Du machst die Blauland-Kolumne. Jede Woche tauchst du quasi ein in ein anderes Thema, in einen anderen Aspekt der FPÖ. Wie recherchierst du dafür? Liest du quasi wirklich all diese Blätter, die du zum Teil jetzt auch zitiert hast. Das macht nichts anderes als von früh bespät. Und was macht das mit dir persönlich auch? Das ist die zweite, die mich das fragt. Also ich glaube, ich habe doch eine ein bisschen stabile Persönlichkeit. Ich habe auch ein Privatleben. Es macht mit meiner Persönlichkeit gar nichts. Es ist irgendwie, in Wirklichkeit muss man sagen, ich bin vor vielen Jahren dazugekommen, über diese Partei zu recherchieren. Ich mache nicht nur das und auch viele andere Sachen und andere Parteien. Es ist irgendwie ein bisschen auch ein Lucky Punch. Ich meine, eine Partei, bei der so viel passiert ist in den vergangenen, was mache ich jetzt, fast 25 Jahre wie bei der FPÖ. Ich meine, wer hat sich so oft in die Luft gesprengt? Wer hat so oft eine Regierung gesprengt? Wer hat ein eigenes Lied mit dem Ibiza-Song? Da ist schon was los und deswegen ist das auch recht interessant zu machen. Und natürlich recherchiere ich viel. Ich telefoniere auch. Nicht alle in der FPÖ reden mit mir. Manche schon, manche nicht. Das muss man akzeptieren. Aber es ist ein interessantes Feld und es ist derzeit auch die Partei, die in den Umfragen vorne ist. Und das war auch der Grund zu sagen, okay, zumindest mal bis zur Wahl schaue ich mir die FPÖ noch genauer an und schreibe auch eine wöchentliche Kolumne. Dann freuen wir uns auf die Kolumne der nächsten Woche. Kannst du schon sagen, um was es gehen wird? Oder bist du noch am Aussuchen? Nein, ich habe gerade drei, vier verschiedene Sachen, die ich schon vorbereitet habe. Ich mag jetzt nichts sagen, weil bei der FPÖ ist es halt so, da kann etwas Wochenende immer viel passieren und dann kommt auch was anderes raus. Das ist richtig. Nina, sag vielleicht noch kurz, wie bestelle ich deine Kolumne Blauland? Das ist ganz, ganz einfach. Da gehst du einfach auf www.falter.at slash Blauland und gibst dann dort deine Mailadresse ein. Das kostet keinen Cent. Das ist ein völlig kostenloses Vergnügen. Und dann kriegst du jede Woche am Donnerstag in der Früh ein Mail mit meinem neuesten Blauland in deine Mailbox. Vielen Dank. Ja, dann verabschiede ich mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audio-Technik im Falter. Danke, Miriam. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung. Sie hörten das Falter-Radio. Das Falter- aos